Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ahead in the Time. Wir müssen einen Mordfall lösen. Im Eulen Express. Wir haben ein Spiel, das wir das letzte Mal gefunden für die zweite Tür. Und herausgefunden, wie wir an diesen dämlichen Viecher vorbeikommen. Geh raus! Müssen sie bloß noch wissen, wo das eigentlich war? War das hier? Nein, da hab ich den anderen Schlüssel leeren. So, dann nümmer. Schnee! Sehr schön. Da war es auch nett. Das war hier drin, glaub ich, ne? Ja, ja. Hier drin war es. Da hinten, da hinten. Komm, Eule. Nein. Grey oder was weiß ich, was du bist. Too easy, man. Too easy. Ah, der geht runter und der geht hoch. Und der Typ merkt es natürlich überhaupt nicht, dass da jetzt plötzlich was schief läuft. Ich bin halb zwölf. 30 Minuten noch verbleibend. Äh. Was ist hier los? Auf jetzt bitte. Vor allem, warum schauen die alle auf dem Bildschirm? Sind die bescheuert? Wie viele verdammte Reben sind die? Äh. Okay. Die kleine Mädchen hat das wunderschön. Oh. 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 Hey die Flixer lachen weiß aus. Eh, gut. Ich hab denen ja eh nur einen scheißer Ze bisogunden. Komm, 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 komm. Willst du mich verarschen, dass die mich von dort aussehen? Ich habe nie gesehen, dass sie so schrecklich ist. Sie sagte, dass sie sie so schrecklich ist. Nein! Nein! Ich bin so ein... Sie ist eine Schilderin, über ihre am besten Lieblingsmütze. Ich habe sie über ihre am besten Lieblingsmütze gebraucht. Du solltest sie ihre schilderinsten Mutter sehen. Ja, die Energie hab ich jetzt gebraucht. Was ist denn das? Achso, ein Schlüssel? Fuck, jetzt hab ich wieder komplett wieder zurücklaufen. Ich habe sie gefragt, was ihr leckeres Lieblingspartum ist. Ich habe nie gesehen, wie eine verrückte sauerde Lieblingspartum. Der kleine abroad hatte die Grindelstunde. Sie hätte nie gesehen, wie eine Erasmusikpartum. Sie hätte ich gesehen, wie eine Ungluge, du sie wirst. Sie hätte sie gesehen, wie sie es nicht mehr als Erasmusikpartum ist. Sie ist, wie sie nie gesehen, wie eine Erasmusikpartum. Er wundere mein Stühle, oder wie ein Blattespartum? Huh War knapp Oh fuck, da steht ein Vogel So, was haben wir da so? Noch ein Herz, sehr schön, sehr schön Ah! Geh weg Ja, das haben wir gleich Zack, zack, zack Fehlen noch zwei Jetzt sind die Eulen auch Suspekte Toll Dächtige, sagen wir es lieber so Ja, und ich weiß, ich bin jetzt fast versauft, oder? Gibt es das jetzt eigentlich? Leid Ah 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 War ich da drin? Ingenieur Nee, da bin ich hergekommen, oder? Ah 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 Nye Ah 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 Das ist nur ein Papphund, das er da schon mitbekommt, ne? Was kommen wir jetzt dann auf? Achso. Knapper glaub ich gehts nimmer. Oh nein, er könnte mich entdecken. Nein, könnte er nicht. Das war jetzt auch nicht schwer. Ja. Hm, klar, der Hund redet mit mir. Ja, was soll ich jetzt damit? In den Häcksel hineinspringen, weil der so umgefallen ist. Ab hoch, zack zack. Keep out. Oh fuck, hab ich jetzt meinen Schlüssel verloren? Äh, scheiße? Ne, den Schlüssel hab ich da drüben benutzt. Hä? Bin ich jetzt, bin ich jetzt ganz blöd? Das Schlüssel hab ich jetzt da oben verloren, oder? Den hab ich ja benutzt. Hä? Das ist jetzt strange, ey. Was soll die Zeichnung da im Hintergrund? Was soll die Zeichnung da im Hintergrund? Da hinten ist der Schalt. Irgendwo muss noch ein Schlüssel sein. Was soll die da hinten wissen, immer? Ja! War nicht? Da war schon die Ohne. Ohne. In Ruhe, jetzt wirst du nicht fahren. Ah, da gab es noch die Tür. Mann, das ist das Leben. Nichts hat eine heiße Sauna. Hast du ein Geräusch von draußen? Ja, mach es. Ich will nicht in den Köln gehen. Ah! Ah! Fuck! Warum sind jetzt hier eigentlich Eulenböse? Hm? Das ist das Leben. Nichts. Und die letzten 10 Minuten. Soll ich da nicht so hinaufkommen würde? Los hier! Gleich erfahren wir das. Was? In meinem Detektiv-Outfit. Hä? Toll! Was ist denn das eigentlich? Ein kleines Gehirn? Sogar mein Pferdeschwanz hat einen Knochen. Und Lolli sind da so einen anderen Scheiß oben drunter. Okay. Und Ende. Zeit ist oben. Und... So, ähm... Hüdanit! We don't know. We couldn't find any konklusive evidence. We have no idea who... What? So you've done Pickle to solve the case? Who's the murderer? What are you looking at me for? Peckneck? Klar. Me? I can't be the murder! What? No, seriously, what? It wasn't... Stop! Cut it out! Da, right! Fine! It was me! I did it! There! You're happy? Yeah! Feigelust! How'd you figure out it was me? Hm? I tried really hard to avoid being the villain in my own movie! The Express Owl isn't even dead! I just gave him the rubber knife and asked him to play dead for a few hours. Yeah, can I go now? I'm kinda sore from playing dead for so long. This rubber knife is also a bit uncomfortable. Well, thanks for solving the murder, lassie! Not only did you reveal the murderer, you also revealed that the victim was never harmed! And you came out of the same time's footage for the movie! What? You think I'd let a murder happen on my Owl Express? Oh! Think again! Oh ho ho! You think DJ Picnic will make a movie that's even remotely as good? Ha! I think not! Here! Take this thingamajig and get out of here! What? Singen gegen Jimmy? Bleh? Was? Ich kann's nicht mal aussprechen! Dämliche Krähen! Yeah! Applaus, Applaus! Some girl as a detective useless! Ach! Da kommt's drauf an, was ich sammeln und mach! Ist ja cool! Na gut! Ist ein bisschen kürzere Folge jedes Mal, aber das war der... Hab ich das noch? Oh! Ich hab's ja wirklich nochmal! Das war der Mod im Eulenexpress! Ich hoffe euch hat's gefallen! Ich fand's echt lustig! Und danke fürs Zuschauen! Servus!